Also Jungs, wollt ihr da mal runter gucken? Ich frag mich grad, wo dieser scheiß Zombie dann herkam, den wir gesehen haben, Mann. Naja, ich würd's auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir gucken jetzt einfach nochmal von hier ein bisschen drauf, warten ein paar Minuten. Ja. Patrick, wie schaut's bei dir aus? Ich glaub, quer verteidig, ey. Guck ich mal, in welcher Stadt ich rauskomme. Halle. Aber ungefähr muss es in der Richtung sein. Wir können mal jemanden die Dinge sagen, die Entfernung nach unten, auf die Hauptstraße irgendwo. Von hier so in die Mitte Ortschaft oder sowas. Ah, 200 und 300 Meter. Ja, aber jetzt hat er viel weiter. Ah, okay. 250 Meter, 300 Meter. Mach mal 300. Die Eisenhalle ist 300 Meter. Die Eisenhalle ist 300 Meter. Ja. Ganz hinten, das groschige Gebäude. Ja. Ja. Und die Stadt unten, 250, 200. Nein, 200. 200, okay. Du sitzt neben mir. Ach, über mir, ja. Okay, passt ja. Also, viel Spaß. Die Lemminge ausschwärmen. Auf jeden Fall vorsichtig sein. Auf jeden Fall vorsichtig sein. Auf jeden Fall vorsichtig sein. Sir. Sir. Ist eingeparkt, Sir. Sehr gut. Darf es sonst noch etwas sein? Ja. Zweimal Stahl bitte. Stahl! Ja. Hast du mal die Halle da hinten auseinanderbauen? Ja. Halt, Oberherstelle Waffe! Infield. Sogar nur 280 Meter. 300 Meter. Okay. 290. Die Kalle ist. Ich muss ja auch mal so ein Pferdungsmesser abchecken, wenn wir wegfliegen sind. Fahrzeug! Fahrzeug! Kommt die Hauptstraße runter! Fetter Truck! Okay. Ist jetzt drin? Kommt jetzt quert parallel zu euch. Was soll ein fetter Truck, man? So ein Hemet oder so? Lkw? Keine Ahnung. Hab ich noch nie gesehen, Alter. Kommt auf einmal ein scheiß Fahrzeug vorbei. Fährt er durch? Ja. Hält er an? Wir haben auch ein Zombie, gell? Fährt er weiter? Ihr müsst ihn jetzt sehen. Unter euch. Er ist weg. Kranke Scheiße! Alter! Da ist ein Zombie hinter euch. Der packt in der Hauswand. Wenn du da weiterläufst, hinter dem kleinen Häuschen. Ja, hab's gesehen. Der hängt da drin. Der kommt jetzt raus. Was soll ich schon backen? Danke Scheiße, Mann. Das Gute ist, im Normalfall wird ja jeder direkt drauf schießen. Das spricht dafür, dass jetzt hier nicht irgendwo einer auf der Laue liegt. Aber sicher kann ich das nicht sein. Also ob er irgendjemand auf so ein Auto schießt, Alter. Ja, ich würde sofort drauf schießen, im Normalfall. Aber das können wir ihm gerade so ein Auto schießen, Alter. So, spontan. Ich hab nicht mal damit gerechnet. Wie ihr das einfach nicht gesehen habt, Mann. Ja, aber da haben wir recht schon mal halt nicht, dass hier ein Auto herfährt. Ja, das ist total krank. Warum so dick ist... Sorge, hast du den Moment gesehen, wo es Uwe gesehen hat. Oh, jetzt hat er aber ein bisschen Angst hier. Warte mal, ist halt mal still. Ja, ne. Passt, bei der Zipseite läuft einer. Ich guck mal kurz auf der Karte. Weil der wird ja nicht so blöd sein mit dem Auto und der Elektro fahren. Vielleicht kommt der wieder zurück, irgendwann. Hm. Lass ihm eine Pfeile bauen. Da kommt ein Auto. Fahrzeug! Oh, ein Hunter. Ja. Also nicht schießen, keine Chance. Das ist gepanzert. Ne, ne, das ist gepanzert. Von wo kommt der? Ich seh den noch nicht. Mitten in der Stadt, gleiche Route. Mitten in der Stadt. Krankmann! Oh, der hält, der hält. Ja. Ja, ja, ja. Mit in der Stadt. Ja, unten, unter der rostigen Halle. Der fährt zur rostigen Halle. Entfernung? Ja, weißt du ja. Der ist auch schon angeschossen. Oh geil, wenn der aussteigt, Alter. Jawoll. Zwei. Einen hab ich! Der andere fährt. Fuck, Alter! Einer ist in der Halle. Einer ist in der Halle. Safe call. In der Halle am Container. Die sind dahinter geparkt, um jetzt wieder abzuhauen. Ja. Fahren hinter der Halle. Beide? Sicher? Ne, der Hunter fährt. Einer ist noch drin. Ja. Der steht da. Der guckt in der Mitte raus. Guck, dass er nicht einsteigen kann. Fährt weg. Hier ist immer noch in der Halle drin. Ne, ich hab ihn auch gesehen. Aber einer ist weggefahren. Also das Auto fährt. Hat einer den mittleren Eingang im Auge von der Halle? Der mittleren habe ich. Also den Rechen aus meiner Sicht. Okay. Ich guck. Ich guck links. Um die Halle rum. Also wenn der links rum guckt. Der fährt hier. Der fährt hinten. Der sucht euch jetzt. Der will euch bestimmt überfahren. Verteilt euch! Verteilt euch! Ich glaub, der hat bestimmt nicht gesehen, oder? Naja, der weiß aber ungefähr wahrscheinlich von wo. Oh, ich werde dich jetzt nicht überfahren, Mann. Okay. Haben wir vorbeigefahren? Ist da noch eine Halle? Seht ihr da was? Der muss in der Halle sein. Da kommt wieder hierher zur Halle. Läuft da vor der Halle, oder? Läuft da nicht einer vor der Halle? Das ist ein Zombie. Neben mir. Ja, weiter vor dir an dem Baum. Ja, das ist ein Zombie. Alter, der schenkt außen. Ich drücke ihm gleich meine Kugel an. Das ist doch geil. Der ist weg, gell? Ha? Dann. Auto ist rausgefahren aus der Stadt, oder? Der ist aber noch da. Der muss da sein. Der ist nicht eingestiegen. Kann nicht eingestiegen sein. Der müsste in der rechten Ecke da sein. Ne, unten links müsste es sein. Von dir aus gesehen? Ja. Also von dir aus rechts gesehen. Musste irgendwo sitzen. Okay. Ja, der hat vielleicht dann schon meine Steps schon gehört. Boah, bei mir kommt ein Zombie. Alter. Schwede. Wo ist das? Das Hunter ist weg, oder was? Ja, aber der fährt bestimmt außen rum. Kommt von oben gleich. So würde ich's machen. Geh mal auf den Berg wieder hoch. Was? Hast du das Auto gesehen? Au. Wer hat geschossen? Ich. Was schon? Hast du ihn? Kommt ein Zombie hoch, Markus. Hol den. Hast du ihn? Nein, nein, nein. Der ist hinter dem blauen Container in. Okay, warte mal. Dann geh nicht rein. Nicht, dass der andere auch noch kommt, Mann. Kommt ein Zombie jetzt hinten rein. Wer schießt? Schießt ihr? Uwe, oder? Uwe, schießt du? Uwe, pass auf. Hinter dir kommt ein Zombie. Hab ihn. Nice. Ja, sehr geil. Okay, dann geht noch mal einer hin zum Looten, oder? Nicht halt Deckung. Ja. Also ich bin am Anfang dann quasi der Start vom... Okay, ich hab das andere Ende in dem Blick noch. Also hier ist das Auto mal nicht zu sehen. Ich glaub nicht, dass er wiederkommt, Mann. Der hat viel Angst um sein Auto. Ja, Mann. Das war geil, Mann. Das war geil, Mann. Steigt aus. Markus, zack. Erster Tod. Ist da noch einer tot, oder was? Ja. Ja, ja. Vor der Halle. Loote den direkt vor der Halle noch. Komm, ein Zombie. Der fucking Zombie hab ihn nicht erwischt. Noch ein Zombie. Rechts und links. AK-107. Essen. So krank gescheit, der hat jetzt nicht dabei eigentlich. Ja, da muss ja vor dem Eingang nur einer liegen. Vor dem Haupteingang. Wilsch, kann ich dir da die Zombies wegklären? Gleich. Ich heite den gleich mal.